Ich weiß gar nicht, wie weit das... Oh, da will ich... Riskiere ich das? Achso, ich komm... Okay, gut. Super. Sehr gut. Noch mehr Kackspass denn? Bam, bam. Hier ist doch irgendwie... Ist hier nicht ein Medikit? Also ein Kit. Minikit meine ich. Nee, einfach nur Geld? Echt? Ich kann... Ich bin der Meinung, ich erinnere mich hier an irgendwie ein Minikit. Oder ist das hier? Ja, es ist hier. Oder? Nee, hä? Ich dachte, hier ist ein Minikit. Oh. Oh, jetzt kommt der Part. Ui, ui, ui. Das wird... Anstrengend. Okay, was tun wir? Bisschen Herzen einsammeln. Ah. Okay, das war daneben. Das war getroffen, aber auch nicht gut getroffen. Uh. Okay, dafür brauchen wir ein... Einen... Ja. Waffenmensch. Also ein Schusswaffenmensch. Bistolenmensch. Was auch immer. Aber wir können auch so hier hoch. Okay, super. Aha. Das wollte ich nicht. Ich wollte das... Machen. Oh Gott. Bup. Herz bitte. Nein, ich wollte das Herz haben. Verdammt. Heute läuft nichts nach Plan. Heute läuft definitiv nichts nach Plan. Mensch, 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 Mensch. Immerhin kriegen wir hier ein bisschen Geld. Bup. Kann ich sogar R2 hier hoch eigentlich? Kann auch jeder hoch eigentlich. R2 kann hier, glaube ich, auch hoch. Ach, da kommt er jetzt wo. Okay. Komme ich hier rüber? Nein. Okay, komme ich nicht. Aber so muss ich da wahrscheinlich hoch. Oder die müssen die Charaktere hier da hoch. Aber erstmal gucken wir noch, was hier hinten ist. Irgendwas. Ist hier bestimmt. Ah, Tausender. Guck mal, ach ja, hier, die Springbrunnen konnten wir auch machen. Zack. Geld. Ganz viel Geld. Okay, das und wir damit wieder hochkommen. Okay. Und das ist ein Powerball wahrscheinlich. Ja, Power up. Toll. Brauchen wir gerade nichts. Kommen wir da nicht auch so hoch? Ja, kommen wir. Ha. Ha. Ah. Okay. Kommen wir denn da hoch, kommen wir nicht, ne? Nee. Okay, wir brauchen einmal bitte Anakin. Damit wir hier durchkommen können. Zack. Und hier oben rauskommen. Genau. Von hier aus brauchen wir denn einen anderen Charakter eigentlich, um irgendwo anders hinzukommen, denke ich mal. Ich kann es nochmal versuchen, da hin zu jumpen. Vielleicht war das einfach gerade richtig dumm. Hä? Oh, falscher Knopf gedrückt. Äh, hä? Äh, hä? Falscher Knopf? Hm? Ja. Das hat funktioniert. Ich meine, haben wir das Geld bekommen. Aber ich glaube, da wären wir auch so hochgekommen. Ja, da wären wir auch so hochgekommen, glaube ich. Super, 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 super. Ähm, komm mal her, Anakin. Äh, komm mal her, Anakin. Denn du sollst jetzt bitte einmal hier durch. Alle anderen gehen den Weg. Wahrscheinlich auch. Den normalen. Oh. Nice. Zack. Oh, ich weiß noch. Das hat mich damals immer so angepisst, diese Sachen suchen zu müssen. Okay, ich will noch einmal mit einem Jedi da hoch, bitte. Um eine Brücke zu formen. Die ich rauf... Na, auf die ich nicht rauf kann, okay. Nicht von da aus so dumm zu jumpen. Hä? Hä? Hier. Kommt mit. Bam, bam. 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 Okay. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Geld. Dann kommen wir hier noch hoch, okay. Okay. Kommen wir hier etwa zu einem Minikit. Juhu. Super geil. Das wird ein überlanger Part, Leute. Freut euch. Vielleicht mache ich doch eine Aufnahmesession draus. Dann weiß ich auch schon genau, wo ich schneiden werde. Definitiv. Okay. So, darüber könnte R2 und Anakin. R2 kann da doch locker rüberfliegen, oder nicht? Ja. Aber der kommt nur unten hin, okay. Bam. Zack. Anakin. Anakin. Ich brauche dich. Zack. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Level hier noch geht. Okay. In Ordnung. Zack. Sieht ihr? R2 kommt hier nämlich auch rüber. Und. Zack. Okay, jetzt wieder zurück. Das war knapp. Ich frage mich, wo genau der da lang krabbelt. Aber gut. Kommt schon. Das ist riesig geworden. Das war sehr, sehr riesig. Ach, ich glaube, ihr kriegt einfach nur eine überlange Folge. Schadet ja nicht, ne? Mir vielleicht, weil ich dann Ewigkeiten brauche zum Uploaden, aber... Egal. Und zum Rendern. Ach ja, die können die ja gar nicht besiegen. Oh, Mann. Bam. 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 Okay, der bleibt da stehen. Genau, wir kriegen noch hier... Achso. Genau, wir können die ja so stapeln. Stimmt. Zack. Okay, da komme ich noch nicht an. Wir brauchen also noch eins. Glaube ich. Oder wir brauchen einfach nur einen... Menschen. Der etwas größer ist. Oder da unten? Oh, guck mal, was ist denn hier? Was habe ich denn hier gefunden? Habe ich mich gerade umgebracht? Ich glaube, ich habe mich gerade umgebracht. Ha. Komme ich hier als Jedi auch wieder hoch? Wäre mal... Da. Okay, gut. Interessant zu wissen. Und ja, kommen wir. Schön. Alter, wir dürfen definitiv beim nächsten Mal nicht so viel sterben. Und müssen alles mitnehmen, was wir sehen, ey. Okay, Moment. So. Okay, nein. Auch so nicht. Okay, Moment. Wie mache ich das? So. 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 Uh. Schick. Ey. Sein Ernst? Geht einfach alleine hoch. So, ja. Kommt mit hier. Kommt mit. Geld. Was kann ich hiermit machen? Kann ich hier einfach zerstören? Nee. Achso, die gehören dazu. Okay. Komm, jetzt haben wir da wieder einen Fahrstuhl. Alles klar. Den können wir noch da raufbacken. Okay, aber ich glaube, dann muss ich das in einer anderen Reihenfolge machen. So. 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 Dann zuerst das Teil hier. Danach. Ne, machen wir mal das Teil. Wird das nicht sogar schon reichen irgendwie? Dass ich von hier aus jetzt da hoch springe und an den Letzten komme. Ja, genau. Alles klar. Hat gereicht. Ich komme da gar nicht rein. Okay. Wo sind denn die anderen Fratze? Das würde mich jetzt mal gerne interessieren. Oder sehr, sehr, sehr gerne interessieren. Ah, okay. Cool. Der hilft uns sogar. Was macht der denn? Ist gerade runtergefallen. Okay. Hopp. Okay. Okay, jetzt können wir das aufmachen. Okay. Jetzt müssen wir hier oben Schalter betätigen, oder was? So. Oh. Ach, Anakin ist schon durch. Okay, alles klar. Ja, ich stelle dich halt auf meinen Schalter, du Arsch. Stell dich halt auf meinen Schalter. Ich wundere mich gerade nur, wo die ganzen Minikits sein sollen. Einmal vertauscht. Kackfrech. Einfach vertauscht. Das werden die mir so übel nehmen, ey. Also. Wow. Ich glaube, da kommen wir anderweitig hoch. Okay. Das könnten wir noch alles kaputt machen. Bam. Bam, bam. Okay. Das hier alles zurückstellen. Das alles zurückstellen. Eigentlich müssten wir doch gleich ein Medikit bekommen, oder nicht? Vielleicht, wenn wir hier den Schalter drücken? Ich weiß es nicht genau. Zack. Ach nee, da bekommen wir das Besteck, was wir darauf machen müssen. Und dann bekommen wir ein Medikit. Genau. Draufstellen. Mann. Nervt mich nicht. Bam. Okay. Und das ganze Besteck noch, bitte. Das Geschirr, meine ich jetzt. Willkommen wir jetzt nicht Medikit? Minikit. Nicht Medikit. Was ist denn mit mir? Da müssen wir das hier noch da hinstellen. Ne, das stapeln wir, damit wir... Okay, da hochkommen. Sehr cool. Es laggt ein wenig. Okay, hier kommen wir noch nicht hoch. Okay. Ne, ich glaube, das müssen wir alles halt machen, wenn wir... Wenn wir hier in freien Modus reingehen. Bam. Bam, bam, bam. Okay. Wir sind fast nochmal gestorben. Einschalter. Hinter dem Waffen... Wachen lauern. Waffen. Ja, Wachen lauern. Okay. Ach Gott, hier wird das ein überlanger Part, Leute. Aber ihr freut euch doch sicherlich drauf. Bam. Als ob die jetzt nochmal rausges... Mann, was ist denn mit euch? Mann. Äh. Bam, bam, bam. Okay. So, in der Mitte geht es, glaube ich, weiter. Ich weiß nicht, was hier so ist. Hier kommen wir gar nicht weiter. Okay. Weil R2 da nicht hochkommt, oder wie? Hier sind noch, okay. Oder kommt R2 hier hoch? Ne, R2 kommt hier doch gar nicht hoch. Ha. Kommen wir hier denn weiter ohne R2? Ja, okay. Okay. Okay, das wird... Ey, ist das ein überlanger Part, Leute. Ne, das kann ich jetzt... Das kann ich locker in zwei Splitten, ey. Heilige Scheiße. Genau, wir müssen jetzt... Ach ja, jetzt müssen wir die ganzen Wachen befreien. Sechs Wachen, oder sechs, sechs, ja. Sechs dieser Leute. Müssen wir befreien. Guck mal her, Königin. Padme. So, die erste Wache ist befreit. Super. Sehr, sehr gut. Haben wir doch schön gemacht. Finde ich... Doch, eigentlich schon. So, dann will ich mal bitte das... Den hier haben und den bewegen. Zack. Das da rauf. Das da rauf. Genau. Dann lasse ich mir jetzt Zeit. Dann müssen wir uns jetzt ja nicht mehr beeilen. Was ist hier? Hier ist nichts. Okay. Hier kommen wir hoch. Ah, okay. Damit kommen wir noch hier hoch. Aber erst... Aber hier war noch eine Wache, oder nicht? Die wir befreien mussten. Da oben müssen wir nochmal... Okay. Da oben ist ein Medikit, Leute. Minikit. Oh, was ist denn mit mir, ey? Warum sage ich denn die ganze Zeit Medikit? Okay, was... Das hat uns jetzt zwei Silbermünzen gepasst. Echt jetzt? Zwei Silbermünzen? Mehr nicht? Ist das langweilig? Guck mal, da können wir rein. Dem, dem, dem. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Fahrzeuge bringen. Außer Spaß. Mehr fällt mir nicht ein. Spaß, ja. Das war's. Ach ja. Okay. Zack. Putz. Oh, sorry. Können wir das nicht zu stören? Nee. Aber hier ist... Ein Shutting, glaube ich, oder? Kommen wir von hier aus da hoch? Nein, kommen wir nicht. Okay. Hat sich erledigt. Oh, ho, ho. Eieiei, den Abgrund habe ich aber gar nicht gesehen. Warte, was war das denn? Was war das denn? So, was bringt uns das? Ein bisschen Geld. Stimmt. Hier konnte man noch übel viel Geld warm, glaube ich. Genau. Hier lag immer noch ganz viel rum. Bam, bam. Die Macht! Bam, bam. Oh, macht! Bam! 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 Okay. Wir haben nochmal zwei befreit. Und ich glaube, jetzt müssen wir alles andere machen, bevor wir die anderen befreien. Damit wir überhaupt noch hier weiter Sachen holen können. Ich habe jetzt ein Medikit bisher nur gesehen. Äh, Minikit hier gesehen bisher. Ich weiß nicht, wie viel es noch gibt. Okay, das hat uns ein bisschen Geld gebraucht. Ja, wow. Super gut. Ja, was ist das denn hier? Money! Money, money, money. It's so funny. Hey, ne, reach me into the world. Zack. Okay, den bringen wir zum Explodieren. Noch mehr Geld. Was bitte nicht runterfällt. Wow, Rhyme Master 5000, ey. Yeah. Okay. Kommen wir hier hoch? Nein, kommen wir nicht. Okay. Da müssten wir dann auch irgendwie hochkommen. Ich weiß noch nicht wie. Okay. Ja, aber da oben ist... Oh, gut, dass ich das gesehen habe. Noch ein Thousand, ey. Ist der vielleicht auf der anderen Seite auch? Da war noch auch irgendwie Kästen oder nicht? Waren noch nicht Kästen? Ja, aber da ist nichts. Wow. Wow. So, dann können wir hier nochmal. Zack. Ein bisschen Geld haben. Genau. Das hier können wir runter machen. Und uns noch ein bisschen was schnappen. Okay. Und dann können wir das da noch runter machen. Und uns noch ein Tausender schnappen. Das ist nochmal schön. Wow. Wow. Geht doch weg, ihr Menschen. Ja, okay. Habe ich da oben gerade einen Tausender gesehen oder so? Ich weiß es nicht genau. Egal. So. Tschi. Geld. Hä? Warum wurde ich da gerade zurückgebackt? Ist ja geil. Wust, wust. Geil. Komm mal her, Obi-Wan. Ich brauche dich. Mann. Zack. Ja, wären wir nicht so oft gestorben, hätten wir das Geld locker zusammenbekommen. Dann hätten wir das Geld zusammenbekommen. Ach nee, wir müssen noch. Zack. Kommen wir da oben hoch? So als Jedi? Nee, kommen wir nicht. Okay. Wie gesagt, ja. Wären wir nicht so oft gestorben, dann hätten wir das Geld locker zusammengehabt jetzt. Aber durch Maxis Dummheit und Nullskill geht das nicht, ne? Da geht das einfach nicht. Ich freue mich, wenn der Park gleich zu Ende ist. Denn ich muss auf Toilette. Ja, echt jetzt? Müssen wir jetzt echt noch gegen die Fighten? Na nee, wahrscheinlich... Okay, das ist nur noch eine Endszene. Go Anakin, go Anakin. Aha. Ist das cool. Level abgeschlossen. Yeah. Freispiel freigeschaltet. Huh. Padme, Kampf. Königin Amidala, nicht Padme? Ich habe keine Ahnung. Ach. Ich habe so lange kein Star Wars mehr geguckt. Und es ist Ewigkeit näher seit ich es das letzte Mal geguckt habe. Ohne Witz. Also, hoi. Als ob ich mir das alles merke. Ach ja. Schön viele Steine. Vier Minikits nur. Wir brauchen... Oh, 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 oh. Nein, ich wollte nicht Story. Nein. Geh zurück. 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 Hallo, darf moll. Ist doch darf moll, oder? Ich glaube schon. Lass mich hier wieder raus. Hier wieder raus. Bitte, Mann, los. Ich will wieder hier raus. Mann, ich habe keinen Bock auf diese Szene. Ich wollte doch nicht auf Story weiterspielen. Danke. Äh, 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 äh. Mosley's Cantina. Ja. Ich bin R2. Cool. R2. Dö, 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 dö. Ja. Ach ja, gut. Hinweise. Hinweise haben wir eh alle, oder? Wieso würde ich mir Hinweise eigentlich kaufen? Scheiß auf Hinweise, was würde ich damit hinweisen? Äh, Charaktere, nein, ich will zu dir Extras Wir können doch locker noch mal was kaufen Ex-Seine aus Haben wir alles gekauft? Was haben wir denn? Was? C3PO, achso Achso, ja gut, das können wir alles nicht kaufen Das sind die ganzen Powersteine, okay Goldene Steine, könnten wir uns welche kaufen Aber auch nur eins und zwei, ne? Habe ich doch gerade gelesen Ja, eins und zwei Okay, wir gucken erstmal Wir bräuchten 25.000 dafür Wir gucken erstmal, was wir noch an Charakteren kaufen könnten Königliche Wache, Padme, Watto Boxendruide Das kostet ja noch wenig Der kostet 40.000 Padme kostet, er königliche Wache kostet wenig Watto Der Okay, wir könnten eigentlich noch ihn kaufen Und dann schnappen wir uns nochmal kurz irgendwo 3000 Und ich wüsste, wo der Ich will ihn da hinten Zack Ey, komm, zack Und ein bisschen Ey Ach, sorry Jetzt greifen die sich wieder alle an Habe ich nicht gesagt? Ich bin froh, wenn der Part vorbei ist Sorry Aber das war cool Mann Ich will Nein Das hier Mann Zeig doch auf das hier Danke Zack 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 Noch mehr Hier noch welche Mann geht weg Wüsste doch nicht alle in meiner Gegend rum Okay, jetzt können wir hier draus irgendwas bauen Okay, und was bringt uns das jetzt? Nicht viel Wow Okay, ich will den Part jetzt beenden, Leute Es tut mir leid Wir kaufen dann halt nur einen goldenen Extrastein Und zwar den für 15.000 Super Können wir uns jetzt schon ein neues Power abkaufen? Ne, ne? Okay Gut, Leute Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Haut Das nächste Mal wieder Das nächste Mal wieder Bis zum nächsten Mal.